Guten aller da draußen, danke für die Einladung, dass wir jetzt wiederkommen mit Terraria Tutorials ziemlich schnell in Farbe und bunt. Und es geht heute über die netten Stiefel. Man kann nämlich aus den Lightning Boots, ja diesen gelben und den Ice Skates neue Sachen machen oder ein neues Paar Schuhe wagen oder so. So, da geht ihr an die Tüffler Werkstatt und wir machen uns jetzt mal aus den Hermes Stiefeln, aus Raketen Stiefeln, die Geister Stiefel. So, und aus den Geister Stiefeln, aus der Fußkette des Windes und aus der Schnur Senkel Kappe, im englischen Egglet genannt, können wir uns die Lightning Boots machen, die natürlich wieder englisch sind, sehr logisch. Und aus den Lightning Boots und den Ice Skates können wir uns Frost Spark Boots machen, die sogar grün sind. Sind die auch grün? Ne, die sind nämlich nicht. Das sind nämlich Tier 7 und Tier 7 heißt, ja von der Seltenheit auf 7 und desto höher das ist, desto andere Farben hat. Das kennt ihr bestimmt auch. So, das sind die Frost Spark und was haben sie? Sie können alles wie die anderen, aber sie bringen auch noch 7% Increased Movement Speed, also 7% mehr Geschwindigkeit beim Laufen. Was auf jeden Fall nicht schlecht ist. Und, und steht ja auch da, extra Mobility on Ice. Das heißt, ihr könnt hier auf dem Eis extra schnell laufen, also auf dem Eis, was da außen rum jetzt ist. Und, ihr kennt ja im Eis Dungeon, dieses Eis, was sich auf Wasser bildet, die brechen dann nicht mehr ein. Lieben Leute, also denke ich mal, weil die Ice Skates haben das gemacht und ich denke mal, dass die es auch machen, obwohl es ja jetzt so direkt nicht steht. Aber denke ich mal schon. Gut, das war es aber wieder über dem kurzen Tutorial. Ich versuche ja möglichst wieder neue Items zu zeigen. Also, wenn euch das Video gefallen hat, leiden einen schönen Daumen nach, Robben ist zum Memelon. Ganz wichtig, kommentieren. Und wenn ihr ganz cool seid, ganz viel teilen und so. Mit Mama, mit Papa, mit allem. Mit Babuschka und ihr wisst schon. So, an euch leiden, haut rein und bis zum nächsten Part. Euer Konsum und so. Herr Brains. Nie.